Hallo, herzlich willkommen wieder zu einem Minecraft-Part. Ja, endlich wieder Flash-Game-Zocker, gell? Cool. Ja, aber um es erstmal klarzustellen, ich habe die Nacht durchgespielt. Ja, ich habe euch nicht gezeigt, was ich in der Nacht gemacht habe. Ich weiß, das ist scheiße, aber es ging nicht anders. Und wisst ihr, wollt ihr wissen warum? Ganz einfach. Mein aufnimm-Programm streikt noch immer und so war ich gezwungen, weiter mit der Kamera aufzunehmen. Das allerdings funktionierte nicht so gut, wie ich das wollte. Und während der Nacht sah es einfach komplett dopp-dunkel aus. Und eh mal ganz ehrlich, so ein Video wollt ihr nicht sehen. Und naja, deswegen filme ich jetzt weiter während das Tag ist. Und wenn es Nacht wird, dann höre ich wieder auf. Tut mir auch leid, aber ihr wollt ein gutes Video sehen? Ja, dann geht es nicht anders. Wenn ich ein Aufnahmeprogramm, wenn mein Aufnahmeprogramm nicht mehr streit, wird das Ganze sicher besser werden. Aber so, tut mir leid. Tut mir echt leid. Aber jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Spiel. Ihr seht, ich habe ein paar Schweine erlebt. Und ihr seht auch, dass meine Gesundheit niedriger geworden ist. Das liegt daran, dass ich Opfer einer Zombie-Apokalypse wurde. Ja, da kamen einige Zombies vor mein Haus. Das heißt, einige ist untertrieben. Ich glaube, es waren fünf oder sechs Stück. Ich frage mich, wie viele Zombies gibt es hier eigentlich? Darunter waren auch ein paar Villager-Zombies. Also muss es hier irgendwo in der Gegend ein Dorf geben. Und ich habe schon wieder den Ton nicht an. So. Bäume klopfen. Es geht weiter. Dumm, die 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 Dumm. Ich bin der Größte von allen. Ja. Dann noch ein bisschen Schweinefleisch. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. So, dann kann ich mich jetzt endlich mal wieder regenerieren. Und hier auch eine kleine Baumfarm aufbauen. Und so lange mal hier ein bisschen Holz wieder kloppen. Eigentlich hätte ich schon viel früher eine Baumfarm aufbauen müssen. Weil immer jedes Mal über den Fluss zu schwimmen ist ein bisschen aufwendig. Aber nun ja. Ich glaube als nächstes sollte ich mir aber mal eine Axt bauen. So, aber erstmal muss dieser Baum hier zu Ende geklopft werden. Und jetzt geht es zurück in unser kleines Haus. Beziehungsweise im Bein kleines Haus. So, und ich denke ich brauche noch einen Stein. Einen einzigen Stein brauche ich noch. Und noch einen Stein. Wenn man schon mal da ist. So. Und nun wird eine Axt gebaut. Ach ja und bevor ihr mir dem Video jetzt einen Daumen nach unten gebt. Weil ich immer noch kein Aufnahmeprogramm habe. Zumindest kein funktionierendes. Was kann ich dafür, dass mein Aufnahmeprogramm streikt? Wir können ja auch nichts dafür, dass die Lokführer streiken. Oder die Piloten. Oder sonst wer. Deswegen seid da bitte nachsichtig. Okay. Ich brauche noch ein paar mehr Samen. Okay. So, jetzt habe ich wieder ein paar mehr Samen. Dann werde ich mir hier jetzt schon eine kleine Farm anlegen. Und die Ding, die Ding. Und dann denke ich mal. werde ich jetzt in meinem Haus weiterbauen. Weil die Farm muss ja auch erst mal wachsen. Und gedeihen. Und so lange baue ich an meinem kleinen Häuschen weiter. So. Wobei, mit der Axt geht das schneller. Übrigens in den Aufnahmen ist die Aufnahme irgendwann einfach gestoppt. Sie hat nach 10 Minuten einfach aufgehört. Und das will ich nicht, dass das mir jetzt hier nochmal passiert. Also werde ich ein bisschen früher schon aufhören müssen. Jetzt ist das hier schon ein richtiges Haus geworden. Wobei. Oh, es fängt an zu regnen. Nichts mehr rein ins Haus. Ich werde mir noch ein bisschen Glas machen. Ja, ist eigentlich ganz gemütlich hier in dieser kleinen Hütte. Was habt ihr zum ersten Mal von Minecraft gehalten, als ihr es zum ersten Mal gesehen habt? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, jetzt heißt es warten. Weil ich will jetzt nicht nochmal rüber und mir nochmal Holz schlagen. Ich denke mal, ich werde mal schauen, wie weit die Säpfung jetzt ist. Aha, Stage 0. Und da hinten auch 0. Aber das ist schon 4. 1, 1, 1. Das andere ist wahrscheinlich 0. So. Das ist neu mit der 1, 8 hinzugefügt worden. Oh, jetzt habe ich aus dem Sehen ein Foto gemacht. Dann habe ich jetzt mein Glas. Kann mir jetzt auch endlich ein paar ordentliche Fenster leisten. Ich komme nicht an die verdammte Fackel ran. So, ich denke mal, ich werde hier wohl ein bisschen was mit Birkenholz abdichten müssen. Ach du Scheiße, so spät schon? Okay, ich muss aufhören. Tschüss.